Hallöchen allerseits, ich möchte heute gerne mit euch über die letzte Fragerunde von Viktoria sprechen. Das heißt, es geht mal wieder um Ex on the Beach und zwar um die letzte Folge, Folge 15. Wir legen direkt los und keine Sorge, nicht alle Fragen sind zu kurz beantwortet wie diese hier. Ich habe mich einfach dafür entschieden, die Fragen, die man wirklich sehr, sehr schnell abhandeln kann, an den Anfang zu packen. Denn nachher kommen noch viele Fragen, die wirklich sehr, sehr viel Text beinhalten, also als Antwort. Das heißt, ich muss da wieder sehr viel vorlesen, aber ihr wisst ja, wie Emi sagen würde, ich bin die heftigste Vorleserin. Deswegen starten wir jetzt eben kurz mit diesen kurzen Fragen. Wie lange warst du noch drin, als du eingezogen bist? Eine Woche oder waren es nur ein paar Tage? Und Viktoria sagt dazu, weitaus weniger als eine Woche. Ja, also wir hatten jetzt Frage, nee, wir hatten jetzt Folge 15 oder 14, 15, genau. Folge 15 schon, das heißt, es kommen noch Folge 16, 17 und 18. Also drei Folgen werden noch ausgestrahlt. Das heißt, falls Viktoria bis zum Ende drin bleiben wird, dann wird sie maximal vier Tage ungefähr drin gewesen sein. Denn bei Ex on the Beach ist es so, dass eine Folge ungefähr einen Tag umfasst. Klar, da wird mal wegen der Cliffhanger hier einen Cut gemacht, da einen Cut gemacht. Manchmal endet eine Folge mittags, manchmal abends, manchmal nachmittags, wann auch immer. Je nachdem, wann es auch ein bisschen interessant ist, da wirklich dann einen Cut zu machen für die nächste Folge. Aber im Prinzip kann man sagen, eine Folge ist ungefähr ein Tag. Das heißt, Ex on the Beach wird knapp um die drei Wochen lang gedreht. Ähnlich ist es übrigens bei Aito. Das wird auch ungefähr drei Wochen lang gedreht. Kommen wir zur nächsten Frage, denn jemand wollte wissen, welcher Mann hat dir am besten gefallen? Und Viktoria sagt dazu, rein optisch gesehen fand ich Jermaine und Botsch am besten. Und mir ist mir aufgefallen, dass ich Jermaine irgendwie immer mit E geschrieben habe. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht, weil er bei Insta Jermaine unterstrich E heißt. Keine Ahnung, E ist dann wahrscheinlich sein Nachnamen. Und ich habe das immer im Kopf verbunden zum Vornamen. Keine Ahnung. Sorry auf jeden Fall dafür. Ja, also Jermaine wissen wir ja schon, dass sie auf ihn steht. Jermaine haben wir ja bei Aito gesehen und ich finde in dieser Folge klar, obwohl sie am Anfang ein bisschen ausgerastet ist, hat man schon gesehen beim Date, dass ihr das immer noch sehr gut gefällt, Aufmerksamkeit von Jermaine zu bekommen. Ja, und Botsch, würde ich sagen, passt auch ins Beuteschema, was wir so von Viktoria kennen. Darüber hinaus wollte ein anderer Follower wissen, wie kam es, dass du dich so gut mit Paulina verstehst? Und wie habt ihr euch kennengelernt? Und Viktoria sagt dazu, ich und Paulina Ljubas, der Esel nennt sich immer zuerst, kannten uns vorher nur von Insta. Wir haben uns aber von Anfang an auch in Real Life gut verstanden. Ja, hat man auf jeden Fall gesehen. Ich fand es echt ein bisschen, wie soll ich sagen, krass oder verwunderlich, dass Paulina erzählt hat, dass Viktoria die komplette Story mit Jassim mitbekommen hat und alle Chatverläufe mit ihm gelesen hat. Das heißt, die beiden haben sich über Insta schon so gut angefreundet, dass man der anderen Person, also Viktoria, die komplette Geschichte mit Jassim erzählt hat und sogar die Screenshots von den Chatverläufen geschickt hat. Ja, das würde ich persönlich jetzt, glaube ich, nicht machen, wenn ich irgendwen nur übers Internet kenne, wobei, weiß nicht, vielleicht auch keine Ahnung, vielleicht ist das die moderne Brieffreundschaft. So, Leute, und jetzt kommen wir zu den Fragen, die sehr, sehr ausführlich beantwortet wurden. Das heißt, es gibt viel vorzulesen. Jemand wollte wissen, hast du mit jemandem aus der Show Streit? Und Viktoria sagt dazu, mal abgesehen davon, dass man mit mir wirklich sehr schwer in einen Streit kommt, habe ich tatsächlich gegen eine einzige Person aus der diesjährigen Staffel wirklich was. Aber das hat nichts mit dem zu tun, was in der Show passiert ist, sondern privat. Und ich glaube, ich weiß, wer hier gemeint ist. Die Person hat sich mir gegenüber wirklich sehr frech verhalten, Behauptungen in den Raum gestellt, die einfach nichts mit der Realität zu tun haben und mich mit ihrem Verhalten auch sehr verletzt und enttäuscht. Wir werden sehen, vielleicht mache ich mir nochmal die Mühe, euch das in Ruhe zu erklären, einfach um meinen Standpunkt zu vertreten und euch zu zeigen, dass die Leute, die sich im TV von ihrer besten Seite zeigen, im Real Life meistens komplett daneben sind. So, und ich bin zu 99,999 Prozent davon überzeugt, dass sie damit die dunkelhaarige Laura, Laura G., Laura Mania, whatever meint. Denn Laura hatte vor einigen Wochen, als Ex on the Beach wieder ausgestrahlt wurde und als auch noch gar nicht die Kandidaten bekannt gegeben wurden, hat sie eine Story gemacht und ich habe die leider nicht abgefilmt, weil sie mich irgendwie nicht so richtig gecatcht hat oder nicht so richtig interessiert hat, dass ich dachte, okay, das ist jetzt voll wichtig. Deswegen, falls das einer noch irgendwie abgefilmt hat, abfotografiert hat, was auch immer, oder das noch besser im Gedächtnis hat, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Aber es ging auf jeden Fall darum, dass Laura über eine geplante Schönheits-Nicht-Operation, ich glaube, sie wollte sich auch die Szene machen lassen, auch eben in der Türkei, wie Anastasia das jetzt gerade hat, machen lassen. Und eben meinte, dass sie enttäuscht sei von dem Prozedere und das deswegen doch nicht hat machen lassen. Ich weiß aber nicht mehr, was genau da falsch gelaufen ist und worüber genau sie sich beschwert hat. Aber sie meinte eben, dass sie eine deutsche Ansprechpartnerin hatte, von der sie auch eben sehr enttäuscht ist. So, und damals hatten schon, damals, vor ein paar Monaten, hatten schon viele Leute die Vermutung, dass es da um Viktoria geht, weil bei Viktoria ist es ja eben so, dass sie, ich weiß nicht, ob das ihr einziges Einkommen ist, ich glaube aber nicht. Auf jeden Fall eines ihrer Einkommen besteht darin, die deutsche Ansprechpartnerin für diese Zahnklinik in Bodrum ist das, glaube ich, auf jeden Fall in der Türkei zu sein. Das heißt, Deutsche, die das machen lassen möchten, die entweder Veneers haben möchten oder Kronen, können sich an Viktoria wenden. Die ganze Kommunikation läuft über Viktoria als deutsche Ansprechpartnerin und sie organisiert das alles und ist halt immer für einen sozusagen da. Ja, und anscheinend ist das nicht so gut gelaufen. Ich weiß jetzt nicht genau, was da passiert ist. Falls ihr das noch besser in Erinnerung habt, dann wie gesagt, schreibt es gerne in die Kommentare oder wir warten darauf, bis eine von beiden oder beide sich nochmal dazu äußern. Damit kommen wir zur nächsten Frage, denn jemand wollte gerne wissen, hast du gute Erfahrungen bei Ex on the Beach mitgenommen? Und Viktoria sagt, also ehrlich gesagt hat mir die Show an sich nicht wirklich Spaß gemacht, weil wenn man einfach kurz vor Ende reinkommt, kein Plan hat, was da abgeht und versuchen muss, irgendwie auf Druck ans Schluss zu finden, ist das halt anstrengend. Ja, glaube ich. Also man hat so gesehen zwei Optionen, entweder man zieht sich spontan irgendeine Story aus dem Hintern und versucht sich zu integrieren oder man hockt halt in der Ecke und ist umsonst 25 Stunden nach Mexiko geflogen. Ja, das könnte damit zusammenhängen, dass sie da am Strand so doll ausgerastet ist wegen Germaine und sich überlegt hat, okay, jetzt muss ich hier richtig auffahren. Beziehungsweise ich glaube, dass die vor diesen Stranddates oder Strandaufeinandertreffen generell immer so ein bisschen angestachelt werden, beziehungsweise, dass die Produktion sagt, so jetzt mach mal hier ein bisschen was Interessantes, ne. Weil es ja wirklich oft vorkommt, dass Leute da irgendwie etwas erzählen, wovon der jeweilige Ex-Partner sehr, sehr überrascht ist und womit diese Person eigentlich nicht gerechnet hätte. Weiterhin sagt sie, ich mag lieber Shows, wo man von Anfang an dabei ist und auch fähig ist, seinen Part in der Gruppe einzunehmen. Ja, kann ich sehr gut verstehen, denn sie kam jetzt wirklich sehr, sehr spät, also wirklich maximal vier Tage in einer Show ist total wenig. Was soll die da noch machen? Also Dating kannst du eigentlich vergessen, da kannst du irgendwie kennenlernen und dann höchstens draußen den Kontakt weiterführen, aber sonst hast du da vier Tage, das ist ja nichts. Naja, es gibt aber auch Leute, die sind immer nur einen Tag drin gewesen, ne. Zum Beispiel Mike, der Mike Hessel, ich glaube, der war tatsächlich irgendwie nur einen Tag drin oder zwei, auf jeden Fall super, super kurz. Und was ich persönlich noch sinnloser finde, ist, dass jetzt noch drei Singles kommen, das heißt, wir haben jetzt noch Folge 16, 17 und 18, zumindest wenn man sich darauf verlassen kann, was die anderen Kandidaten gesagt haben. Yassin hat auf jeden Fall gesagt, dass es 18 Folgen gibt, vielleicht gibt es ja doch noch mehr, wobei ich jetzt auch sagen würde, so langsam ist mal gut, weil Ex on the Beach sich wirklich super, super lang immer zieht. Also bei Aito geht es ja wirklich schneller, da gibt es auch immer irgendwie 1, 20 bis 22 Folgen, aber da werden ja auch zwei Folgen die Woche ausgestrahlt. Und Ex on the Beach, finde ich, zieht sich oft wie Kaugummi. Naja, aber wie dem auch sei, auf jeden Fall, wenn es jetzt wirklich nur noch drei Folgen gibt, dann ziehen jetzt noch drei Leute ein, so was soll das? So ein Typ, den wir bis jetzt noch nicht kennen, der heißt Chris oder Christian, keine Ahnung, war bis jetzt, glaube ich, noch nicht im Fernsehen, der wird auf jeden Fall noch einziehen, wurde angekündigt. Eine Lady, die Bella heißt, eine Blonde ist die, keine Ahnung, kenne ich auch nicht, weiß auch nicht, wer das ist. Und Beverly, die wir jetzt zuletzt bei Beauty and the Nerd gesehen haben und die vorher bei Take Me Out war, diese drei Personen werden noch einziehen für die letzten drei Folgen. Ich weiß gar nicht so richtig, ob das so sinnvoll ist, aber na gut, die Produktion wird schon wissen, was sie sich dabei denkt. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie sinnvoll ihr das findet. So, kommen wir zur nächsten Frage und zwar wollte jemand wissen, warum dieser Plan? Stehst du nicht über solche Spielchen? Und Viktoria sagt dazu, also ich glaube nicht, dass ich die erste Frau bin, die mal irgendwelche Spielchen mit einem Mann gespielt hat. Wie soll man denn auch mit, nee, wie soll man denn auch Yassin ernst nehmen? Natürlich war das ein Spiel in meinen Augen von der ersten Sekunde, als ich mich mit ihm unterhalten habe. Boah, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Also das Ding ist, ja, Spielchen werden des Öfteren gespielt, was man jetzt davon hält, ist die andere Sache. Aber Viktoria ist jetzt nicht so, dass sie wirklich nur die Männer kennenlernt, mit denen sie sich dann auch wirklich eine Beziehung vorstellen kann. Also bei Aitou mit Jemaine war das ja auch eher auf die Spaß-Ebene und Jemaine hatte eigentlich die ganze Zeit was mit Christine Okpara, aber Jemaine und Viktoria haben sich so die ganze Zeit aneinander aufgegeilt. Aber das lief alles eher so auf der sexuellen Basis, was ja auch vollkommen okay ist. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, boah, das ist aber klar, dass das mit Yassin nur ein Spielchen ist. Sondern ich hätte schon gedacht, gerade wenn man sich Jemaine anguckt und Jemaine und Yassin sich recht ähnlich sind, sowohl vom Humor als auch von der Statur als auch von der Größe und so, dass wenn Viktoria sexuelles Interesse an Jemaine hatte, dass es schon gut sein kann, dass sie den Yassin auch ganz geil findet. Naja, auf jeden Fall schreibt sie weiterhin. Ich habe mich nur gefragt, ob man tatsächlich so dreist sein kann und vor seiner, in Anführungszeichen, Freundin in der Show sich an jemand Neues ranmachen kann. Und wie man sieht, ist das doch so passiert. Also verstehe ich das Problem daran ehrlich gesagt nicht. Ja, das weiß ich auch nicht so recht. Also ich glaube, eigentlich mag ich Viktoria ja, aber ich glaube, sie biegt sich auch manchmal Sachen so zurecht, wie sie die gerne haben möchte. Denn für mich persönlich kam es zumindest anders rüber. Für mich kam es jetzt nicht so rüber, dass sie irgendwie Carina damit einen Gefallen tun wollte oder so und Carina die Augen öffnen wollte, so irgendwie Laura-mäßig. Und ihr damit was Gutes tun wollte, um ihr zu zeigen, dass der Yassin ja gar nicht so aufrichtig ist, sondern sie hat ja diesen Plan auch gar nicht mit Carina ausgeheckt, sondern mit Paulina. Und Paulina hat auch, wie wir jetzt wieder gesehen haben, nicht irgendwie das Beste für Carina im Sinn. Ganz im Gegenteil, findet das eher dann cool, ihr eins reinzudrücken. Und wenn Carina auf die Schnauze fällt, dann macht Paulina sich darüber lustig und das ist dann eine Genugtuung für sie. Und dieses Gespräch, da hat Viktoria ja auch gesagt, ja, ich bin davon überzeugt, dass er dich noch liebt und so. Also es geht ja alles um Paulina und es geht nicht darum, Carina irgendwie einen Gefallen zu tun. Naja, wenn das bei mir, also ich lese jetzt weiter. Wenn das bei mir jemand machen würde, wäre ich dankbar, weil mir das nur wieder bestätigt, was ich für einen Mann da an meiner Seite habe. Ja, aber wenn du das deswegen gemacht hättest, dann hättest du ja zum Beispiel zu Carina gehen können und ihr sagen können, du Carina, ich glaube der Yassin ist gar nicht so, bla bla bla. Und das mit ihr besprechen können oder diesen Plan nur für dich aushacken können. Aber sie hat diesen Plan ausgeheckt mit der in Anführungszeichen Erzfeindin von Carina und es ist für mich wirklich total klar, dass es da nicht darum geht, irgendwie was Schönes, Nettes für Carina zu machen, sondern für Paulina. Ja, so. Sorry Leute, aber wer das so krass ernst nimmt, was bei einer Unterhaltungsshow passiert und dann denkt, mir Moralapostel Nachrichten zu schicken, der kann sich seinen Text direkt sparen, weil sowas wird blockiert und nicht gelesen. Ja, das ist das Ding, also ich glaube da, das ist wirklich vergeudete Lebensmühe und vor allem diese Leute bekommen so viele Nachrichten. Hm, ja, ja, ich glaube das ist wirklich verschwendete Zeit. So, das hat nichts mit Kritik unfähig zu tun, aber von irgendwelchen komischen Leuten, die sich so krass in Ex on the Beach reinsteigern, schon jeden Sonntagabend heiß drauf sind, auf Social Media ihren Senf dazu zu geben. Warum Sonntagabend? Verstehe ich gar nicht. Warum sonntags? Kommt doch dienstags. Naja, ihren Senf dazu zu geben, haben auf meinem Profil nichts verloren und denen gönne ich es nicht mal mein Leben zu verfolgen. Hm, weiß ich nicht. Ich würde die nicht blockieren, weil die bringen trotzdem Storyviews, die bringen trotzdem Interaktionen und so. Sie können ja die Nachrichten ignorieren, aber wenn die Leute auf dem Profil aktiv sind, ist das natürlich trotzdem gut. Vor allem, weil ich glaube, sie hat irgendwie mal, ich glaube das kommt noch, dass sie gesagt hat, nachdem sie in vier Shows war, kann sie ganz gut von Insta auch leben. Eigentlich wäre es ganz schlau, die Leute dann nicht zu blockieren. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Warum soll es bedeuten, dass Yasin Paulina noch liebt, wenn er sich auf dich einlässt? So, ja, ergibt eigentlich keinen Sinn. Und Viktoria schreibt dazu. Also zur Erklärung für all diejenigen, die denken, man kommt in die Show und ist zu 100% am Laufenden, was da gerade mit wem passiert. Mein letztes Update von Paulina war frisch nach der Trennung, also ungefähr vor einem Jahr. Danach wusste ich gar nicht mehr, was da abgeht. Als ich in die Villa kam, war die einzige Person von den Frauen, die ich kannte, Paulina. Also war ja schon mal klar, dass das jetzt meine Bezugsperson da ist, wenn ich sonst niemanden kenne. Ob Yasin zu dem Zeitpunkt noch geliebt hat, kann ich nicht beurteilen. Keine Ahnung, warum ich das da gesagt habe. Aber Fakt ist, dass Yasin in Karina halt nun mal auch nicht verliebt war. Ja, ich glaube es auch nicht. Ich persönlich glaube auch nicht, dass Yasin verliebt in Karina war. Aber ich würde mir ehrlich gesagt nicht anmaßen, das zu beurteilen, nachdem ich da nichts mitbekommen habe. Und dann nach über zwei Wochen oder knapp zwei Wochen in die Villa einziehe. Und direkt am selben Abend oder am selben Tag, als ich eingezogen bin, schon so ein Urteil fälle. Also, weiß ich nicht. Ich finde, da kann man ein bisschen vorsichtiger sein mit solchen Beurteilungen. Ob Yasin zu dem Zeitpunkt noch geliebt hat, kann ich nicht beurteilen. Keine Ahnung. Achso, das habe ich schon gelesen. Sorry. Und dann diese ganzen Nachrichten mit Gündin doch ihr Glück. Welches Glück? Yasin die Chance geben, sein Fake-in-Love-Sein im TV durchzuziehen, um sein Bild zu ändern. Also sorry Leute, aber das erkennt doch jeder von 100 Metern, dass ihm Karina gerade richtig gekommen ist, um sein Image nach Germany Short zu reparieren. Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube schon, dass der die mag. Aber ich glaube, in viele Leute verliebt sich Yasin nicht. Und ich würde da auch niemals irgendwie von Verliebtsein sprechen oder so. Wobei es halt auch so ist, eigentlich, wenn man verliebt ist, dann würde man denken, dass man die andere Person mit Respekt behandelt. Aber das hat Yasin halt noch nicht mal bei Alicia gemacht. Die hat er auch nicht respektvoll behandelt. Und naja, im Endeffekt weiß nur Yasin selber, was seine Gefühle waren, wie, was er für Karina gefühlt hat und was er eventuell oder auch nicht für Paulina gefühlt hat. So. Das ist jetzt auch gar kein Hate, sondern einfach ein Fakt, sagt Viktoria weiterhin. Ich habe nichts gegen Yasin oder Karina, aber Yasin macht in meinen Augen Show mit seinem Verliebtsein und that's a fact. Ja, wieder, also ja, kann sein, würde ich wahrscheinlich auch eher tendieren oder dazu, dass Yasin sich vielleicht einreden will, dass er ein bisschen verliebt ist in Karina, weil er weiß, dass das so eine loyale Frau für ihn wäre. Keine Ahnung, aber ich würde mir halt das echt nicht anmaßen. So, sie schreibt die ganze Zeit, das ist ein Fakt, das weiß sie aber nicht. Im Endeffekt, was Yasin fühlt, weiß nur Yasin selbst und nicht wir. So, das war es doch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und ich verabschiede mich von euch für heute. Bis dahin. Tschüss.